Na alle zusammen, hier ist ihr Deutsche Lager und tschüss wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mage Tower Guide präsentieren. Heute geht es um den Mage Tower vom Waffen Worry und dazu habe ich mal seit langem meinen Worry hier wieder rausgekramt und mit dem hier den Mage Tower gemacht. Wir wollen uns jetzt einmal angucken, was es für Belohnungen gibt für den Mage Tower, dann mit was für Mier ich gespielt habe, mit was für Fortsets, Consumer Bills, mit was für einer Skillung und dann schauen wir uns die Challenge an sich an, da werde ich euch ein bisschen die Fähigkeiten erklären beziehungsweise so ein bisschen meine Taktik dahinter. Als allererstes, was gibt es für Belohnungen? Wenn ihr den Mage Tower abschließt, gibt es hier ein Rüstungsset. Das sieht jetzt, muss ich gestehen, beim Worgan kommt das nicht so gut zur Geltung, sieht aber schon ganz nett aus. Wenn ihr alle sieben verschiedenen Challenges absolviert habt, dann bekommt ihr hier so ein schickes Mount, vom Worry, weil es die letzte, die ich noch gebraucht habe, um dementsprechend hier das Mount zu erhalten. Ja, soweit zu den Belohnungen. Den Mage Tower können wir nur spielen während dem Legion Time-Event oder Time-Walker-Event und das Ganze findet auf der verhärten Küste statt und dementsprechend hier auf den Koordinaten 44, 61. Soweit zum Vorgeplänkel, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal rein, was ich für ein Gear-Meer geholt habe. Ich habe so ein bisschen eine Low-Budget-Version vom Time-Walker-Gear-Meer geholt und zwar habe ich mir ein bisschen was gecraftet. Hier hat man nämlich die PvP hergestellten Items aus MOP und zum Glück konnte ich mit dem Worry ein paar craften, ein paar habe ich mir aus Maha gekauft. Die findet ihr einmal, wenn ihr hier unter, okay, ich habe nur ein Pandaria mit dem und dann gibt es hier gegen Geister, Eisenbarren, können wir uns hier Items herstellen. Die haben dann immer auch schöne Sockel drauf und mittels dem Relikt der Vergangenheit können wir die auf Itemstufe 54 erhöhen und dementsprechend, da das ja hier alles im Time-Walker ist, wird das Item-Level der Items runter skaliert auf 50 und ihr habt quasi die Max-Items vom Level her und zusätzlich nur Sockel und skaliert damit halt ein bisschen besser, als wenn ihr dementsprechend die Max-Level-Sachen anhaben würdet, wenn ihr dann nämlich da keine Sockel drauf habt. So viel dazu. Ich habe mir quasi den Kopf gebaut, Schultern, dann die Brust, Hände, Gürtel, Hose und noch die Schuhe. Ich habe mir die Hose auf 48 geholt und dachte mir, komm, ich mache mir da noch eine alte Forteset drauf, wenn die Items nämlich auf Stufe 50 sind oder drunter, dann kann man sich quasi noch die alten Verzauberungen drauf machen. Vor allem auf den Slots macht es Sinn, wo man quasi keine aktuelle Shadowlands-Verzauberung drauf machen kann. Das Problem ist, was ich nicht so ganz bedacht hatte, da kann man dann auch keine höheren Sockel drauf machen, nur die kleinen und dann hat sich das eigentlich schon wieder erledigt mit dem Nutzen aus der ganzen Geschichte, weil die VZ gerade so vielleicht die Sockel abdeckt, was man da quasi an Stats verliert. Muss man sich dann halt entscheiden, ob der Verzauberungseffekt das quasi wieder wettmacht. Gut, was habe ich dann sonst noch geholt? Ich habe mir die aktuellen Juve-Ringe geholt, da gibt es nämlich auch nochmal jeweils einen Sockel und ich hatte das Herz von Azeroth an, da haben wir nämlich noch einen zusätzlichen Sekundär-Stat. Wenn ihr das rumlegen habt, der Effekt ist zwar nicht aktiv, so wie alle anderen Legendary-Effekte und auch die ganzen Covenant-Geschichten, die funktionieren da auch nicht. Also sowohl die Covenant-Fähigkeiten als auch die Conduits funktionieren nicht. Dann schauen wir mal die anderen Sachen noch an. Ich habe mir jetzt einfach hier eine Account-Waffe geholt, die ist nicht sonderlich gut, aber es hat einen Vorteil, ich konnte die auf einen Level-1-Charge schicken, habe mir dann die Verzauberung Kreuzfahrer geholt und habe da Kreuzfahrer drauf verzaubert. Kreuzfahrer wurde zwar schon generft für den Mage-Tower, ist aber immer noch relativ stark, denn ihr bekommt eine recht gute Heilung. Und ja, der Mage-Tower hier vom Waffen-Worry, da geht es hauptsächlich darum, dass wir uns wieder hochziehen können. Und ja, da ein bisschen extra Heilung zu haben, macht auf jeden Fall Sinn. Also hier mit einer Account-Waffe zu spielen, ist nicht so schlecht. Besser wäre natürlich hier die Garage-Waffe, die hat noch ein paar Sockel. Ich habe mir leider von der Garage-Waffe nur damals die Stangenwaffe holen können und dementsprechend habe ich da keine Stärke-Waffe. Also von was ich rede, wir können jetzt mal reinschauen, hier gibt es zum Beispiel von Hölschrei eine Stangenwaffe mit zwei Sockel und das gibt es dann halt für jeden Slot auch. Es gab eine Axt, ein Schwert und was weiß ich auch alles. Und ja, die gibt es aber leider nicht mehr zu holen, das konnte man nur damals in der MOP sich holen. Okay, dann zu den Trinkets. Ich habe wieder mal mit der Samenkapsel gespielt vom ersten Boss aus dem Smuggrünen Alptom von Nitendra, wie fast in allen Challenges jetzt. Die ist relativ gut. In der Challenge ist sie jetzt nicht so überragend, aber man kann trotzdem ganz gut mit ihr spielen. Und das zweite Trinket, was ich mir geholt habe, ist einfach ein Account-Trinket, das relativ viele Sekundär-Stats hat und dann ja noch ein Proc gegen Dämonen hat. Ich glaube, da drin sind keine, oder ich weiß nicht, ich glaube der zweite Mob könnte sogar vielleicht ein Dämon sein. Ich habe es hauptsächlich wegen den Sekundär-Stats genommen, weil ich mir nicht nochmal irgendwo ein anderes Trinket farmen wollte. Die Challenge, muss ich dazu sagen, ist sehr einfach. Selbst ich als Dude, der noch nie einen Waffenkrieger gespielt hat, habe es in zehn Trice geschafft. Also und ich musste erst mal, ich habe in den Trice die Fähigkeiten ausprobiert, weil ich nicht wusste, was was macht. Ich weiß es immer noch nicht so wirklich, aber also die Hälfte der Trice war einfach nur, ich muss reingehen und schauen, welche Fähigkeiten macht. Gut, schauen wir uns die Skillung an. Ich habe diesmal ein bisschen eine andere Skillung gefahren, als die, die in WoW-Head vorgeschlagen wird. Einfach eine, wo man sich ein bisschen mehr heilen kann. Die hat mir ein Kollege geraten und ich muss sagen, damit bin ich relativ gut gefahren. Ich habe hier einmal Plötzlicher Tod geskillt, dann Bevorstehender Sieg. Das ist eine ganz gute Sache, weil da könnt ihr euch nochmal um 40% eures Lebens heilen. Es wird auch sonst empfohlen, dass man doppelt Heldbester skillt, um quasi nochmal einen zusätzlichen Charge zu haben. Kann man auch spielen. Kann viel ausmachen. Man hat so Intermissions, wo man den Charge auf jeden Fall öfter nutzen muss. Ich fand die Heilung aber overall besser, weil man einfach sicherer ist, weil man kommt da drin schon relativ viel Damage. Dann habe ich Massaker mitgenommen, um einfach hinrichten, schon ab 35% ziehen zu können. Viele sagen auch, man soll Verwunden nehmen. Da kann man nämlich nur ein bisschen mehr heilen. Hier gibt es nämlich auch ein bisschen AE-Content. Ich fand das mit dem Massaker besser, denn am Ende müssen wir den Boss relativ schnell runter DPSen. Und dann konnte man einfach nur ein bisschen mehr Schaden raushauen. Dann habe ich Riesenschritte mir geholt, dass ich einfach öfter meinen Sprung benutzen kann. Das ist quasi so ein bisschen das Ausgleich für den Charge. Dann habe ich Kriegsbeheil genommen, ein bisschen AE-Schaden nochmal mit reinzuholen. Dann habe ich den Avatar, um nochmal ein Damage-CD zu haben. Und dann haben wir noch die Schreckenshiebe hier geskillt. Und das ist soweit die Skillung, mit der ich gespielt habe. Achso, von den Verzauberungen bzw. den Sockeln wollte ich hier noch was sagen. Ich habe mir rausgesucht, dass der Waffen-Worry nach Stärke vor allem Crit braucht und dann nach Haste. Deswegen habe ich mir versucht, hier hauptsächlich ein Crit-Gear zu bauen, wo dann auch noch ein bisschen Haste drauf ist. Und dann habe ich quasi hier einen Meter-Sockel gesockelt mit 3 Stärke und 3% Crit. Dann mit einem 7% Stärke-Sockel. Dann haben wir hier noch einen 6% Stärke-Sockel drin. Die kann man aber nur einzigartig anlegen. Und sonst könnte man jetzt noch 4 Stärke reinsockeln. Die gab es aber auf dem Server hier leider nur für sehr überteuerte Preise. Und dann dachte ich mir, komm, dann skill ich halt, oder dann sockele ich halt keine Main-Stats, sondern Sekundär-Stats. Und habe halt Crit gesockelt, was der beste Sekundär-Stat ist. Genau, soviel dazu. Crit habe ich dann auch verzaubert. Hier habe ich ewiges Geplänkel drauf. Und da haben wir dann einfach Ausdauer plus Vermeidung. Auf der Waffe, wie gesagt, Kreuzfahrer, das haltet euch noch relativ gut. Und soweit jetzt zum Gier. Dann würde ich sagen, schauen wir uns noch die Consumer Bills an. Ich habe einmal gespielt mit großem Fläschchen des Tiefensok. Das ist der, oder die Flas aus BFA. Die skaliert einfach am besten in der Challenge. Dann habe ich mit verdunkeler Wettstein gespielt. Dann habe ich mir hier diese Rippchen aus Shadowlands geholt mit 18 Crit. Besser wären die Main-Stat-Foods, aber da gibt es so Food aus Uldir. Das hat am meisten Stats drauf, aber das war hier auch super teuer. Dann habe ich mir gedacht, komm, scheiß drauf. Dann spiele ich mit einem Sekundär-Stat-Food. Dann habe ich mir eine Verstärkungsgunde noch reingepfiffen. Habe dann einmal Trommeln. Hier Trommeln der Wut. Ihr könnt aber auch alle anderen nehmen. Und dann trank der ungezügeln Wut. Der macht einfach am meisten Schaden. Zusätzlich könnte man noch die Kriegsrollen benutzen. Die habe ich mir aber tatsächlich hier gespart, weil die halt auch relativ teuer sind. Und ja, kann man aber benutzen. Ich zeige euch die mal schnell. Kriegsrolle. Wobei, die wären eigentlich gegangen. Hier gibt es dann zum Beispiel Kriegsrolle des Schlachtrufs. Da kriegt ihr nochmal 3% Stärke. Die könnt ihr dann auch noch mit reinschmeißen. Gut, das ist dann soweit. Jetzt mal das vorgeplänkelt. Dann würde ich sagen, schauen wir mal in meinen Try. Mein Killtry rein. Und dann kläre ich euch das so ein bisschen, was ihr am besten zieht. Am Anfang labert der Mob hier so ein bisschen. Ihr könnt euch schon mal hinstellen zu ihm. Und wichtig ist, wenn er angreifbar wird, kurz davor, ihr merkt es dann nach 1, 2 Tries mit seinen Dialogen, könnt ihr schon mal quasi euren Spellreflect ziehen. Wir haben ja so einen schönen Spellreflect-Zauber. Zauberreflexion heißt es im Deutschen. Und dann kriegen wir schon mal den ersten Hit. Können wir dann quasi schon mal negieren damit, auf ihn zurückschmeißen und kriegen da keinen Schaden. Ich habe jetzt glaube ich hier bei dem Try sogar mein Food zu spät reingehauen. Wie ihr es gleich seht, ihr ja genau. Jetzt legt es schon los. Ich habe hier mein Spellreflect reingehauen. Und dann DPSen wir ihn einfach ganz normal. Also ganz normale Router. Und nach 10 Sekunden kommt hier so ein Eis. Ihr könnt, wenn ihr das Samen trinket, habt nach 5 Sekunden das schon reinhauen. Ihr habt es jetzt hier ein bisschen verkackt. Denn hier haben wir solche Eissplitter. Und wenn ihr da reinlauft, kriegt ihr einen Haufen Damage. Ihr könnt aber da euer Samen trinket reinschmeißen. Oder die Vorherwecker-Ehen. Und mit dem Sprung, den wir haben, diesen helmenhaften Sprung, können wir rausspringen. Wichtig ist aber, ihr müsst erst mit eurem Charakter hochspringen. Und dann den Sprung benutzen. Wenn ihr einfach nur den Sprung nach außen klickt, dann bleibt der in diesen Eisdingern hängen. Und kriegt massiven Staden, wird gewonnen. Ihr seht, da spawnen wir hier wieder diese Eisdinger. Und da haue ich jetzt einfach mal einen Bladestorm rein, um die wegzuratzen. Lass die schnell sterben. Beim ersten habe ich meinen Trinket reingehauen. Und diesen Spell, den wir geskillt haben. Jetzt muss ich nochmal kurz nachschauen, wie der heißt. Den hier, Kriegsbrecher, habe ich beim ersten eingesetzt. Plus den Samen, das macht ja so eine E-Fläche. Und beim zweiten haue ich quasi den Klingensturm rein im Deutschen. Kleine Information, diese lila Strahlen oder pinken Strahlen, je nachdem, die verursachen Schaden. Ihr könnt da durchlaufen, ihr könnt da durchchargen. Ihr kriegt so 1000 irgendwas Schaden, wenn ihr durch einen Strahl durchlauft. Wenn ihr in der Mitte durchchargt, ich habe das einmal ausprobiert. Schlechte Idee. Durch die Mitte Chargst, kriegt ihr nämlich alle auf einmal, habe ich wohl weggeworden, schottet. Also das solltet ihr nicht machen. Wenn ihr natürlich den Sprung einsetzt, könnt ihr natürlich drüber springen, ja. Also diesen heldenhaften Sprung, da könnt ihr einfach drüber springen, dann ist easy. Dann kriegt ihr nämlich auch den Schaden nicht, ja. So. Wichtig ist bei dem Gegner, er castet ja hier immer seine Frostblitze, dass ihr versucht, ihn darauf immer zu kicken. Und, dass ihr immer auf dem zweiten deinen Spare Reflect einsetzt, ne. Dass ihr möglichst wenig Casts abkriegt. So, jetzt sind wir hier in der Intermission-Phase. Und hier ist es so, dass wir ihn finden müssen, ja. Und ich pausiere das jetzt mal ganz schnell. Ihr seht auf der Map, wo er ist, da oben. Dieses gelbe Symbol, dort ist er. Wenn ihr, hier aber rumläuft, seid ihr extrem geslowed und ihr kriegt die ganze Zeit Damage, ja. Und diese Caster hier, ähm, die Casten den Casten, wenn der durchkommt, schleudert ihr euch zurück. Ihr müsst die töten und dann kriegt ihr nämlich eine Schutzblase, wo ihr keinen Schaden bekommt und die ganze Zeit hochgeheilt werdet. Die wird aber immer kleiner und verschwindet. Und das Ziel ist es eigentlich, von Blase zu Blase zu laufen und dann den Boss aufzudecken. Ihr müsst dann aber relativ zügig unterwegs sein, denn ihr habt, glaube ich, nur 45 Sekunden. Wenn er es verkackt, dann werdet ihr gewonnen, Schott. Und ihr habt gesehen, da hinten war dieses Gletscherzeug. Wie gesagt, es wird auf der Map auch angezeigt. Und da müsst ihr einfach hinkommen, ja. Heißt, ähm, wenn diese Phase beginnt, läuft ihr zum ersten von den, ähm, von diesen Caster-Dudes hin, der am besten relativ weit in der Mitte steht, im Optimalfall. Und, ähm, wir können nochmal in kurzem Moment zurückgehen, dann schauen wir es uns nochmal an. Das ist tatsächlich relativ relevant. Also zum, Moment, gehen wir nochmal ein Stück zurück. Also die Phase beginnt dann gleich. Und dann schaut ihr, dass ihr euch schonmal mittig orientiert, ne. Also nicht zu einem von, von außen gehen, sondern schön immer versuchen, möglichst in die Mitte, weil es ist zu 100% auf der anderen Seite. Haut den um, rackt euch voll und dann versucht ihr, einen zu chargen, der in die Richtung ist. Am besten kickt ihr den hier auch, weil ihr hattet jetzt nur ein Leben, er kickt mich zurück und ihr seht, wie slow ich hier bin. Ich muss in die Blase kommen, sonst sterbe ich einfach, ne. Und sobald ihr euch da wieder hochgehalten habt, versucht ihr dann halt, zu dem Kollegen hinzuspringen. Hier hinten habt ihr es gesehen, der war er. Und dann könnt ihr ihn rausholen. Das ist es eigentlich, ja. So, sobald ihr den rausgeholt habt, ähm, braucht ihr am besten euren Kick oder haut euren Kick nicht raus, weil den brauchen wir jetzt gleich nochmal. Ihr habt dann hier so eine Phase, wo wir ein bisschen was ausweichen müssen. Das ist nicht sonderlich groß dramatisch. Und hier habt ihr gerade gesehen, dieser Strahl, den in der Mitte gechannelt habt, den müssen wir kicken. Deswegen wollen wir vorher unseren Kick nicht raushauen. Was passiert, wenn der Strahl durchgechannelt wird? Er channelt quasi in die Mitte und mit jeder Sekunde, wo er channelt, kriegt er 10% mehr Damage, den er verursacht. Und der Buff bleibt drauf, ne. Also der geht nicht mehr runter. Heißt, wenn ihr den durchchanneln lässt, macht er 100% mehr Damage, da war er gerade wieder, und dann werdet ihr weggerackt, ne. Ich habe ja schon hier mit dieser Heal-Ability gespielt, wo ich mich um 40% heilen kann. Ich habe den Kreuzfahrer drauf, wo ich mich nebenbei heilen kann. Also alle diese Spells brauche ich halt einfach, um dementsprechend da am Leben zu bleiben, weil ich kriege das schon gut auf den Latz. So, wir sind wieder in der Intermission. Wir sehen hier auf der Map, da hinten ist er. Und ich versuche da jetzt wieder einmal rüber zu kommen. Man kann durch den Strahl durchchargen. Habt ihr gesehen, ein bisschen Schaden habe ich gekriegt. Großartig ist es nicht. Und jetzt müsst ihr halt gucken, wo ist der genau, und dann in die Richtung springen. So, jetzt bin ich nicht ganz hin, jetzt haue ich hier nochmal einen um. Wie gesagt, man hat nicht so viel Zeit. Hier haben wir diese Auslöschung, die er castet. Also man sieht es dann auch. Und wenn das durch ist, seid ihr halt einfach tot, ne. Also bis dahin habt ihr Zeit, da hinzukommen. Deswegen, ihr könnt auch mit dem Double Charge spielen. Dann habt ihr halt zweimal die Möglichkeit, da ran zu chargen. Ist es da ein bisschen einfacher. Dafür habt ihr halt diese Heilung nicht, ne. Ich habe tatsächlich lieber mit der Heilung gespielt. Dann ist es einfach ein bisschen sicherer. Mit dem Sprung und dem Charge kommt man da eigentlich schon relativ easy hin. Und wie gesagt, hier euren Interrupt nicht einsetzen, denn ihr braucht ihn dann halt immer für den Cast, den ihr unterbrechen müsst. Hier ist auch nochmal die Frostfläche gekommen. Die habe ich jetzt einfach wieder weggehauen mit meinem CD, den wir geskillt haben und dem Seed, ne. Und die nächste mache ich dann einfach wieder mit dem Bladestorm weg. Wenn ihr keine CDs habt, könnt ihr die auch so töten. In der Fläche bekommt ihr halt die ganze Zeit Schaden. Und wenn ihr da zu lange drinsteht, sterbt ihr halt, ne. Und einfach rauslaufen, ohne die Dinger zu töten, geht halt nicht. Weil wenn ihr in die Dinger reinlauft, werdet ihr halt auch getötet. Wie gesagt, ich habe da einmal versucht rauszuspringen, ohne vorher hochzuspringen und diesen heldenhaften Sprung einzusetzen. Und das one-shottet einen dann tatsächlich, weil man in x Voidzones auf einmal reinkommt. Und seht ihr, jetzt haben wir hier wieder diese Ausweichphase. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Viel mehr kommt jetzt in der ersten Phase tatsächlich nicht. Das wechselt jetzt quasi immer zwischen den bekannten Elementen. Und Ziel ist es jetzt, den Boss runter zu DPSen auf 10%. Und sobald der auf 10% ist, können wir nämlich die zweite Phase beginnen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob das am Ende, also bei dem Try kam es mir zumindest zuvor, dass er seine Fähigkeiten dann immer schneller eingesetzt hat und ich dann nur noch am Nachlaufen war. Heißt, ein bisschen Druck solltet ihr da auch schon machen, sonst seid ihr einfach halt ewig in diesem Zyklus. Jetzt haben wir halt wieder diese Add-Phase. Ich bin jetzt blöderweise relativ weit außen. Mir wurde auch gesagt, wenn ihr den Boss, also seinen Strahl, interruptet, dann kann man den ein bisschen ziehen. Wenn ihr das jetzt besser machen wollt als ich, dann interruptet ihr den Strahl von dem Gegner und versucht dann, den Boss schon mal in Richtung Mitte zu ziehen. Weil umso weiter ihr quasi dann schon mal an sich in der Mitte steht, umso einen kürzeren Weg habt ihr. Weil ja, wie gesagt, der steht immer irgendwo am Rand auf der anderen Seite. Und wenn ihr dann schon mittig steht, dann könnt ihr da vielleicht mit einem Charge und einem Leap schon mal bis zum Boss kommen und müsst dann gar nicht mehr großartig da was machen. Und hier solltet ihr euch, anders wie ich, auch nicht erwischen lassen. Kleine Info, wenn ihr eine Klasse habt, mit der ihr nochmal zusätzlichen Speed-CD habt, zum Beispiel ich habe ja mit einem Walk gespielt, ich habe dann nochmal diese Walken-Füße, da kann man dann auch nochmal ein bisschen Speed rausholen, vor allem bei diesen Phasen, wo man dann dementsprechend hier die ganze Zeit dem Boss nachlaufen muss, bringt das schon einiges. Vor allem, ihr seht, ich bin jetzt auch schon wieder ziemlich low gewesen. Einfach wie mein Heilzauber mir hier hilft. Also einige sagen auch, man kann lieber mit einem Doppel-Charge spielen und den Heilzauber weglassen, aber ich glaube, ich wäre hier bestimmt ein, zwei Mal gestorben, hätte ich quasi den Zauber nicht drin gehabt. So, jetzt haben wir nochmal hier die Add-Phase. Ihr seht, schwierig ist es alles nicht. Man muss aber halt ein bisschen gucken. Ich bin jetzt hier erstmal eins weitergelaufen, das geht auch. Also ihr müsst nicht nur chargen oder springen, um dann dementsprechend gleich hinterzukommen zu dem Typen, ihr seht, wie der ganz da hinten funkelt. Und am besten schaut ihr, dass ihr chargt, wenn die gerade ihren Cast durchhaben, dass ihr nicht sofort zurückgeschleudert wird, wie ich gerade. Also wenn ich charge an, wurde instant wieder rausgeschleudert, schlecht. Ihr könnt ihn auch interrupten. Ich war mir da mal ein bisschen unsicher, ob es mir dann ausgeht, wegen dem Damage-Buff. Aber eigentlich dürfte es ausgehen, weil meistens, wenn man ihn interrupted hat, macht er erstmal hier seine Leader-Kometen und bis dahin hat man eigentlich im Optimalfall auch schon sein Interrupt wieder ready. Jetzt haben wir hier nochmal das Frosting. Die habe ich jetzt nochmal weggemacht mit meinem Trinket und wieder mit dem CD. Und jetzt haben wir den auf 19%. Jetzt müsste ich den eigentlich gleich wegkriegen. Und wichtig ist, ihr könnt zwischendrin eure Damage-CDs schon nochmal ziehen. Ihr solltet die aber, wenn der Boss low geht, schauen, dass ihr die ready habt. In der zweiten Phase wird es nämlich ein bisschen ein DPS-Race. Und wenn ihr da keine CDs habt, dann ärgert er euch, wenn ihr vielleicht an ein paar Prozent euch das nicht schafft. Also wenn ihr den Boss, sagen wir mal so, auf 30% habt, dann solltet ihr vielleicht keine Damage-CDs mehr ziehen. Auch den Pot und das HT werden wir tatsächlich in der letzten Phase ziehen. Also das auch bitte aufheben, nicht am Anfang. Wobei am Anfang könnt ihr schon einen Pot reinhauen, aber zwischendrin dann nicht mehr ziehen. Ihr seht, ich bin jetzt hier ewig in der Phase. Wahrscheinlich habe ich das auch einfach vom Damage zu langsam gespielt. Ich hatte in einem anderen Try, da habe ich hier wesentlich kürzer die Phasen gespielt. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so 100% sicher, ob ich da nicht ein bisschen was verkackt habe. So, 12% ist der Boss. Und kleine Randinformation, falls ihr jetzt relativ low vom Live seid oder wie ich das Buff Food vergessen habt. Ihr könnt in der Zwischenphase hier recken. Also ihr seht, ich haue meinen Buff Food rein. Und wahrscheinlich habe ich nur so wenig Schaden gemacht, weil ich keinen Food drin hatte. Und ihr könnt euch über das Food einmal hochrecken. Das zum einen. Und ich habe mir jetzt nochmal einen Buff Food geholt. So, und der Mob beschwört jetzt hier in der Mitte einen Gegner. Und das ist quasi unser eigentliches Ziel. Und den müssen wir jetzt versuchen, möglichst an den Rand zu ziehen. Im Optimalfall steht ihr schon hinter dem Mob ganz am Rand. Dass der da ganz an den Rand rankommt. Denn der wird so eine Void Zone placen. Und das wird langsam den ganzen Raum zuschütten. Ich habe jetzt hier meine Void Zone erstmal hingehauen, um maximalen Schaden rauszuholen. Und wir gucken jetzt einfach, dass wir Drums und den Pod ziehen. Und dann die maximale DPS auf dem rausbringen. Das hier ist maximaler Single Target Schaden. Und ihr seht schon, hier wird so nach und nach der komplette Platz zugevoidet. Ich war jetzt ein bisschen zu lang drin gestanden. Und ihr seht, ihr macht gerade so einen Cast. Da könnt ihr nochmal 5 Sekunden bestimmt an dem Boss dranbleiben. Und dann müsst ihr rauslaufen. Das wären nämlich so Leerwandler beschworen. Und die dürfen den Boss nicht erreichen. Ich glaube, wenn die den Boss erreichen, dann heilen die den oder machen den irgendwie Schaden. Ich weiß es nicht 100%. Auf jeden Fall, die dürfen den auf keinen Fall erreichen. Sonst ist es halt RIP. Und ihr müsst ihn einfach immer so ein bisschen weiter ziehen. Ihr solltet nicht in der Void Zone von ihm drin stehen bleiben. Die wird nämlich hier immer auch ein bisschen größer. Also ihr müsst immer einen Tick nach hinten laufen. Denn, ja, die macht verdammt viel Damage. Ich hatte einen Try, da war der Boss, glaube ich, auf 2 oder 3%. Und dann habe ich es irgendwie nicht ganz gecheckt und bin einfach in der Void Zone verreckt. Und das ist schon ärgerlich, ja. Also es sollte euch nicht passieren. Und wie gesagt, wenn der Cast auf euch kommt, bleibt so lang wie möglich stehen. Also 4, 5 Sekunden könnt ihr sicher noch stehen bleiben, DPS dealen. Und dann könnt ihr mit dem Sprung einfach rausspringen. Und danach wieder an den Boss ranchargen. Dass ihr halt keinen Schaden verliert. Ihr werdet sehen, am Ende wird es nämlich hier relativ knäpplich. Jetzt macht er wieder seinen Cast. Wir versuchen jetzt wieder 5 Sekunden dran stehen zu bleiben. Vielleicht ist es sogar einen Ticken länger. Lauf ich raus. Hier habe ich sogar 1, 2 Sekunden noch hergeschenkt. Und bei den Ads ist es ganz wichtig, die wollen wir erstmal slowen. Wir haben ja hier diesen Mars-Slow-Zauber. Ähm, Moment. Ich muss mal wieder gucken, wie der genau heißt. Durchdringendes Heulen heißt der. Genau, der hat 23 Sekunden Cooldown. Und ich glaube, die Ads kommen alle 30 Sekunden. Also es geht auf jeden Fall auf. Wir springen quasi raus. Ads spawnen. Haben erstmal das Heulen drauf. Und dann könnt ihr gucken, ne. Ähm, wir haben dieses... Ich glaube, weichtreichende Stöße heißen sie. Das hier. Genau, weichtreichende Stöße. Ähm, das reicht eigentlich. Wenn ihr das zieht, plus eure, ähm, Single-Target-Rota, dann verreckt der eigentlich, verrecken die Ads eigentlich schon. Im Normal verreicht der Schaden. Ihr könnt, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, ähm, wenn dann euren Bladestorm da noch reinziehen, wenn er ready ist. Oder, ähm, quasi euren anderen CD, was wir geskillt haben. Mir wurde gesagt, man soll das lieber auf den Boss draufhauen. Die Ads kriegt man schon so relativ easy down. Und das einfach noch quasi einen extra Schaden rausholen. Könnt ihr, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Je nachdem, wie ihr gut mit dem Damage, äh, aufgestellt seid. Ihr seht, mein Boss ist jetzt auf 35%. Ich hab jetzt noch so ein Viertel der Plattform, würde ich sagen. Und muss mich jetzt ein bisschen sputen. Aber wir haben ja geskillt, dass wir, ähm, quasi das Hinrichten schon ab 35% aktivieren können. Und da kann man schon noch tatsächlich ein bisschen was rausholen, ja. Also, jetzt die letzten paar Prozent gehen da ein bisschen schneller. Wir können mit Hinrichten durchziehen. Und, ähm, sonst passiert hier eigentlich nicht viel mehr, ne. Ihr solltet halt möglichst am Rand bleiben und dann einfach den Boss ganz langsam weiterziehen. Zieht ihn nicht zu schnell weiter, sonst, ähm, schittet er mit den Voids zu schnell das zu. Und dann habt ihr keinen Platz mehr. Und ich hab ein Trial tatsächlich gehabt, wo mir dann der Platz ausgegangen ist, ne. Also, äh, da hab ich dann aber auch die DPS-Router nicht optimal gespielt, ein bisschen zu schnell gezogen. Und, ähm, bin vor allem auch dann immer instant rausgelaufen, als die Ads gespawnt sind. Das solltet ihr halt auf keinen Fall machen. Ähm, ihr habt's ja gesehen, die spawnen halt, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Sekunden, nachdem ihr, nachdem ihr den Cast ansetzt. Und da hat man eigentlich genug Zeit. Also, ihr seht, hier kommt der Strahl wieder. Man kann easy stehen bleiben und dann läuft man halt raus oder macht seinen Sprung. Ich bin jetzt hier mal ganz noch in die Ecke gegangen. Dachte mir, ich, äh, tue es maximal ausnutzen, dass wir da noch ein bisschen Range zwischen den Ads und dem Boss bringen. Wie ihr seht, ich hab jetzt hier, äh, nicht großartig, äh, Cooldowns drauf und die gehen relativ, relativ gut down. So, 5% haben wir noch. Ich hab hier noch so ein Mini-Stückchen offen, aber das dürfte reichen. Und, ähm, ja, das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Viel mehr passiert hier nicht. Sehr, sehr leichte Challenge. Das war meine letzte fürs Mount und damit, ähm, gab's dann einmal das Achievement, das Mount. Und die Challenge ist damit auch abgeschlossen. Wie gesagt, ich hab nur ein paar Tries hier gebraucht, im Gegensatz zu den anderen Challenges, wo ich ein bisschen länger dran war. Aber die ist relativ einfach selbst als jemand, der mit einem Worry jetzt eigentlich gar nichts Großartiges anfangen kann. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das Ganze jetzt ein bisschen weitergeholfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv wertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.